Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur nächsten Folge von 5 Transfers für. In der zweiten Bundesliga steht das Saisonende vor der Tür und natürlich blicken wir auch deswegen bei einigen Zweitligisten auf die Schwachposition und wen ich eben dann als Scout dafür finde. Heute geht es weiter mit Hannover 96, ein Verein der mittelfristig auf jeden Fall wieder in die Bundesliga gehört. Letzten Sommer wurden dahingehend auch erste Schritte getan, vielleicht habt ihr damals schon meine Folge 5 Transfers für Hannover gesehen, da habe ich gesagt, gib diesem Verein ein, zwei, vielleicht drei Jahre Zeit, dann kommen sie zurück in die Bundesliga. Und ich finde man hat jetzt auf jeden Fall schon einen ersten guten Schritt gemacht, denn mit Trainer Stefan Leitl und Manager Markus Mann hat man ein gutes Führungsduo und vor allem auch die Hinrunde hat ja gezeigt, was möglich ist. Um Leistungsschwankungen wie in der Rückrunde zu vermeiden, braucht es aber auch gezielte Neuzugänge. Ich finde, es braucht aber gar nicht mal zwingende Top-Spieler, zumindest nicht, wenn die Mannschaft größtenteils so zusammenbleibt, sondern Spieler, die den Konkurrenzkampf auch nochmal ganz gezielt auf verschiedenen Positionen erhöhen können. Um Markus Mann dabei zu unterstützen, gibt es nun mein Scout-Bericht über fünf Transfers für Hannover. Im Tor bleibt meiner Meinung nach alles so, wie es ist. Ron-Robert Zieler als Nummer 1, Leo Weinkauf als Nummer 2 und Toni Stahl als Nummer 3. Aber in der Innenverteidigung brauchen wir einen neuen Abwehrchef und da passt der ehemalige Nürnberger Lukas Mühl perfekt. Phil Neumann ist auf jeden Fall gesetzt. Bright Orion B würde ich behalten, Julian Börner bleibt und auch Yannick Lürs ist natürlich eingeplant und soll weiter rangeführt werden. Sprich, wir haben auf jeden Fall schon mal diese vier Innenverteidiger. Luka Kreinz würde ich abgeben. Aber wenn man natürlich vor allem auch auf eine Dreierkette setzen möchte, dann ist es klar, dass noch jemand hinzukommen soll und man sucht ja auch ganz bewusst nach einem neuen Mann und eben auch vor allem nach jemanden, der Führungsqualitäten mitbringt, vorangehen kann und eben auch diese Defensive stabilisieren kann. Und all das trifft auf Lukas Mühl zu. Er ist vielleicht bei manchen noch negativ im Kopf bedingt durch sein Ende bei Nürnberg, denn da hat er manche Spiele gehabt, wo er schon ein paar Patzer drin hatte, nicht zwingend diese Sicherheit ausgestrahlt hat. Aber bei Austria Wien hat er sich in den letzten zwei Jahren wirklich toll entwickelt und das sogar zum Kapitän. Auch deswegen, weil eben die Entwicklung von ihm sehr gut war, ist eine Deutschlandrückkehr möglich. Er ist ablösefrei zu haben und der 26er kann natürlich sofort helfen. Ich habe auch hier über andere Innenverteidiger nachgedacht, die vielleicht von ihrem Alter nochmal ein bisschen besser ins Beuteschema passen. Zum Beispiel habe ich mir viele Gedanken über einen Frederik Jekyll gemacht von Arminia Bielefeld, den man vielleicht im Sommer bekommen kann. Aber da war mir in Summe so ein bisschen das Risiko zu hoch, dann eine doch schon sehr, sehr junge Innenverteidigung zu haben. Marcel Halstenberg ist natürlich aktuell ein Gerücht, was mega wäre. Wollte ich aber jetzt nicht hier mit reinbringen, weil man halt darüber schon sehr viel diskutiert hat. Deswegen habe ich mich für einen anderen Spieler entschieden und bin auch durchaus überzeugt von Lukas Mühl. Denn er ist 1,89 Meter groß, sehr kopfballstark und auch physisch stark, hat ein gutes Tempo und auch mit dem Ball am Fuß sucht er immer wieder und findet auch immer wieder sehr, sehr gute Lösungen. Und deswegen kann ich mir Lukas Mühl zentral in der Dreierkette zwischen Neumann und Ryan B schon sehr, sehr gut vorstellen. Weiter geht es bei den Außenverteidigern, wo Frederik Ananou der perfekte Ersatz sein kann für Yannick Dehm. Denn der könnte ja gehen. Er ist, wie ich finde, auf jeden Fall ein guter Backup, alleine schon aufgrund seiner Flexibilität. Aber wenn man den Vertrag mit Dehm verlängern will, dann muss er sicherlich auch eine Gehaltskürzung in Kauf nehmen. Und da ist ja wohl auch der KSC interessiert. Ansonsten ist Semo Roja natürlich klar gesetzt. Ich bin großer Fan vom Japaner auf links. Haben wir Eken Chilebi als Backup. Und natürlich gibt es aber auch hier noch ein Fragezeichen bei Derek Köhn. Für ihn selber wäre meiner Meinung nach eine weitere Saison bei 6 und 9. Auf jeden Fall richtig und wichtig, weil er dafür auch einfach noch defensiv oftmals zu große Probleme hat. Wenn natürlich Derek Köhn geht, braucht es logischerweise einen Ersatz. Aber ich gehe hier erstmal vom Verbleib aus. Und deswegen habe ich dann nach einem Ersatz für den gesucht und den in Ananou gefunden. Und auch hier haben wir jetzt nicht zwingend einen komplett jungen Spieler. Also ähnlich wie bei Lukas Mühl reden wir hier über einen Mitte-20-Jährigen. Und der 25-Jährige ist ja auch schon viel rumgekommen. Er stammt aus der Jugend vom 1. FC Köln über Roda, Ingolstadt und Paderborn ist er dann bei Hansa Rostock gelandet. Auf den ersten Blick ist das vielleicht für manche kein Megatransfer. Aber wenn man eben, und das hatte ich ja zu Beginn angerissen, gezielt den Kader verändern möchte, dann passt das schon mit Ananou sehr, sehr gut. Er wurde ja zu letztem sogar mit Inter Mailand in Verbindung gebracht. Das war aber wohl auch nur ein sehr, sehr loses Gerücht. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass Ananou bestimmt durch gewisse Analyse-Daten schon auch ins Raster vielleicht der Scouting-Unteilung gekommen ist, aber auch jetzt nicht zwingend gut genug ist für Inter Mailand. Das kann man sicherlich schon sagen. Aber sein Spielerprofil, das ist auf jeden Fall schon spannend. Denn Ananou kann ähnlich wie dem defensiv alles spielen. Auch ganz egal, ob Dreier- oder Viererkette. Also er kann in der Viererkette rechts hinten spielen, links hinten spielen. In der Dreierkette auch sehr, sehr gut den rechten und linken Innenverteidiger gegeben haben. Auch den rechten Schienenspieler. Er ist im besten Fußballer-Alter. Und zudem, und das ist halt auch das sehr Interessante, Ablösefrei zu haben. Ananou ist extrem schnell. Körperlich sehr stark. Und in der Defensivarbeit wirklich eine Wand. Und deswegen bin ich der Meinung, dass er auch im Vergleich zu Yannick Dehm ein Upgrade wäre. Ich glaube schon, dass sich auch Ananou jetzt mal nach einem Verein sehnt, wo er mehrere Jahre bleiben wird. Das ist natürlich auch weiterhin bei Rostock noch möglich und nicht auszuschließen. Aber vor allen Dingen auch bei Hannover 96 kann er schon sehr gut passen. Denn erstmal als Backup für gefühlt auch jede Position in der Abwehr kann Markus Mann da wenig falsch machen. Einen Backup habe ich auch auf der 6er-Position gesucht und mit Marius Wörl gefunden. Und das kann dann wirklich wieder so ein ganz typischer 96-Transfer werden. Aber mal ganz kurz zum zentralen Mittelfeld. Da haben wir Fabian Kunze und Max Besuschkopf, die dort zuletzt gesetzt waren. Ich finde, das ist auch ein wirklich gutes Duo. Besuschkopf hat er ein bisschen gebraucht, bis er angekommen ist, aber auch schon letzten Sommer fand ich den Transfer unglaublich stark. Dahinter haben wir dann noch Enzo Leopold und Antonio Furti für die 8er-Position. Geylon Dua und Tim Walbrecht Genia. Ein richtiger 6er, der auch noch mal ein bisschen spielstärker ist als Kunze, kann für die Systematik von Leitl aber auch noch wichtig sein. Letzten Sommer hat man sich auch gerne in Liga 3 umgeschaut nach jungen, ablösefreien Talenten mit Potenzial. Und genau das ist in diesem Sommer Marius Wörl. Wörl spielt bei 1860 München in Liga 3, hat sich dort in der Rückrunde zum Stammspieler entwickelt und ist gerade einmal 19 Jahre jung. Bei 60 soll er ein Gesicht des Vereins werden. Vielleicht kennen einige von euch Morgalla, den Innen- und Rechtenverteidiger. Er ist ja bei 60 das Top-Talent und Wörl kommt dann nach Einschätzung vieler dahinter als das nächste Top-Talent bei 60. Und im Sommer läuft sein Vertrag aber aus. Und deswegen gibt es auch schon jetzt Interesse von anderen Vereinen. Unter anderem Gräuter Fürth oder auch der FC Ingolstadt sind wohl dran an ihm. Hannover ist meiner Meinung nach als Anlaufstation für junge Spieler, aber auch sehr, sehr gut geeignet. Mit Leitl hat man auch einen Trainer, der Talentenchancen gibt. Und da kann man sicherlich auch schon solchen jungen, talentierten Spielern eine sehr, sehr gute Perspektive aufzeigen. Und somit kann der Sprung zu 96 von Wörl auf jeden Fall gerade der richtige sein. Eben auch, weil Hannover diesen Spielertypen noch nicht hat. Der deutsche U19-Nationalspieler ist 1,78 Meter groß, hat ein gutes Tempo, ist technisch gut ausgebildet und verhält sich auch sehr, sehr clever im Zweikampf halten. Zudem hat er auch schon als Achter und rechter Verteidiger gespielt. Das passt einfach perfekt. Während man auf der 10er Position mit Louis Schaub und Sebastian Ernst sehr gut besetzt ist, braucht es für den Offensivbereich, wie ich finde, zwei neue Stürmer. Und einer kann Benedikt Hollerbach sein. Da Maximilian Bayer geht, die Leihrückkehrer Enali und Steele für mich zumindest erstmal in meinem Plan wohl keine große Rolle spielen werden, stolze aufgrund der Systematik auch keine wirkliche Chance hat und wir auch weiterhin ohne klassischen Flügelspieler planen, war für mich wichtig, einen flexiblen Angreifer zu finden. Und das Gerücht um Florian Krüger, das vergab es ja schon mal, macht, wie ich finde, auf jeden Fall Sinn, wäre meiner Meinung nach schon auch ein 1 zu 1 Ersatz für Bayer. Aber trotzdem habe ich nicht immer nach anderen Namen umgeschaut und das Gesamtpaket von Hollerbach hat mich auf jeden Fall überzeugt. Der 22-Jährige spielt ja aktuell für WN Wiesbaden in Liga 3, die ja generell eine richtig starke Saison spielen, hat dort 14 Tore gemacht und 5 vorbereitet und steht mittlerweile auch bei Fortuna Düsseldorf auf dem Zettel. Mit 1,81 Meter ist Hollerbach natürlich nicht der Größte, dafür aber offensiv auch flexibel einsetzbar, schnell, am Ball wirklich gut, laufstark und auch mit einem richtig guten Abschluss. Der Sprung in die 2. Bundesliga wird wohl nun auch folgen und das kann Hollerbach auch auf jeden Fall schaffen in seiner Karriere, diesen Sprung und Hannover kann ihm hier auf jeden Fall auch die perfekte Perspektive bieten. Was mir da noch fehlt, ist ein Stoßstürmer und auch diesen finden wir ablösefrei in der 3. Liga mit Vincent Vermeij von Freiburg 2. Hendrik Weidand beendet er seine Karriere, Teuchert und Nielsen sind aktuell gesetzt, mal gucken wie es auch mit Teuchert weitergeht, würde ich aber auf jeden Fall behalten. Mit Tresoldi hat man dann noch ein junges Talent. Klar, viele würden dann sicherlich sagen, dann hätte man ja in meiner Planung mit Hollerbach, Teuchert, Nielsen und Tresoldi schon 4 Stürmer. Was will man doch noch mit einem weiteren, muss man dann dafür noch Geld ausgeben? Und ja, ich finde schon, denn da ich Hollerbach auch als sehr flexibel sehe und ihn auch dann flexibel einplanen würde und auch Nielsen ab und an ja mal als Zehner spielen, sollte man meiner Meinung nach auf jeden Fall so einen typischen Neuner holen, auch um diese Fähigkeiten einfach im Kader zu haben. Denn je nachdem, wo eben auch Hannover in der kommenden Saison so angreifen wird und spielen wird, kann es nicht schaden, auch wirklich nochmal einen groß gewachsenen Neuner im Strafraum zu haben, den du dann auch mal mit Flanken suchen kannst. Da gibt es natürlich auch noch andere Namen und vielleicht sagen jetzt manche, ja Hollerbach und Vermey, das sind ja jetzt keine mega kreativen Namen von dir und ja, da bin ich bei euch. Ich habe aber auch ohne Witz über eine Stunde nach ganz vielen Stürmern gesucht, die irgendwie zu Hannover passen könnten, habe auch sehr viel über Simon Terodde oder auch Yanni Serra nachgedacht, auch das sind natürlich interessante Kandidaten, aber auch hier ist einfach, und da kam ich am Ende auch zu dem Entschluss, das Gesamtpaket von Vermey einfach am besten. Er hat 15 Tore gemacht und sechs vorbereitet. In 35 Drittligaspielen ist 1,96 Meter groß, physisch wirklich unglaublich stark, per Fuß und per Kopf im Abschluss top und bewegt sich auch sehr, sehr gut im letzten Drittel. Auch hier gibt es Interesse von Fortuna Düsseldorf. Die zweite Liga ist auf jeden Fall auch für ihn selber das klare Ziel. Bei Freiburg 2 wurde er zudem auch noch zum Führungsspieler, stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft und wenn man sich dann mal so ein bisschen umhört, hört man von vielen Seiten auch nur Gutes über ihn als Sportsmann. Und mit Vermey bekommt Hannover dann eine weitere taktische Möglichkeit, man würde aber auch nicht zwingend Tresoldi oder Teuchert einen Weg verbauen und zudem auch noch Ablöse frei. Und ich habe auch darüber nachgedacht, vielleicht einen jungen Stürmer hinzuzuholen, der vielleicht Anfang 20 ist, wo man dann aber auf möglicherweise auch eine Million in die Hand nehmen muss und da habe ich mal so ein bisschen gedacht, macht das dann Sinn? Meiner Meinung nach eher nicht und Vermey im Gesamtpaket, genauso wie Hollerbach, ja, ist nicht zwingend so kreativ von mir, aber dafür einfach passend für Hannover 96. Und wie gut das dann passt, sehen wir mal einen Blick auf die potenzielle Startelf. Ich habe jetzt hier erstmal mit dem 3-4-1-2-System geplant, hat man ja auch in den letzten Wochen sehr, sehr häufig gespielt. Natürlich ist aber auch das 4-4-2 mit Raute oder eben auch ein 4-4-2 mit eingerückten Flügelspielern als Zehner sehr, sehr gut möglich. Beides oder drei Varianten, die ich jetzt mal gesagt habe, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das ist eben auch mit diesem Kader dann sehr, sehr gut möglich. Im Tor, wir angerissen Ron-Robert Zieler als Nummer 1. Viele haben ja nochmal da so ein bisschen darüber diskutiert, wenn denn nun Jörg Schmadtke als ehemaliger Hannoveraner zu Liverpool geht, als Sportdirektor, er wird ja wohl nun dort jetzt erstmal Transferberater, dann könnte vielleicht auch Liverpool nochmal darüber nachdenken, Zieler als Nummer 2 zu holen. Und vielleicht hat einer Bock darauf, ja, könnte sein. Ich plane hier aber Ziele erstmal ganz klar als Nummer 1 ein. In der Abwehr ist dann natürlich erstmal die Frage, wie geht es mit Bright Ryan B. weiter. Wenn er am Ende geht und man dafür Halzenberg bekommt, wäre das schon ein Megatransfer. Auch wenn natürlich Halzenberg nicht jung und entwicklungsfähig ist, aber dafür ein Top-Spieler für eine zweite Bundesliga-Mannschaft, wäre das natürlich nochmal interessant. Ich würde Ryan B. aber behalten und glaube, dass auch er vor allem in der Dreierkette sehr, sehr interessant ist. Dann eben in der Mitte Lukas Mühl, finde ich sehr spannend, ihn wieder in Liga 2 zu sehen. Traue ihm das als Abwehrchef auch auf jeden Fall zu. Und daneben Phil Neumann, der natürlich dann auch mit seinen 25 Jahren nochmal einen Schritt nach vorne machen wird. Ich persönlich verfolge ihn schon lange, stammt ja auch aus der Schalker Jugend. Daher kenne ich ihn schon sehr, sehr lange und sehr, sehr gut. Und bin ein großer Freund von ihm auch für ihn. Ist glaube ich, dass es ihm in der Dreierkette sogar nochmal einen Ticken besser geeignet. Dahinter haben wir eben dann Börner und Lürs als sehr, sehr gute Backup-Varianten. Wobei ich auch Börner jetzt auch nicht mehr als zwingenden Stammspieler sehe. Ananu natürlich auch noch als weitere Option. Der wäre dann in dem System auch der Backup von Muroja. Auf links hätten wir Köhn und Celebi. Doppel 6 bliebe erstmal bei Besuchkov und Kunze. Wörl und Leopold, aber dann eben auch mit zwei jungen Talenten dahinter. Foti muss man mal gucken. Zehner-Position hätten wir dann Schaub und Ernst als typische Zehner. Können natürlich beide auch auf der Acht spielen. Nielsen, Hollerbach könnten dort auch als Zehner theoretisch spielen. Dann eben vorne verschiedene Varianten. Mit eben Harvard, Nielsen, Cedric Teuchert. Dann den beiden Neuzugängen. Femmey und Hollerbach. Zudem noch Tresoldi. Das sieht auf den ersten Blick erstmal viel aus. Wäre aber genauso viel wie aktuell. Femmey sozusagen für Weidand. Hollerbach für Bayer. Und deswegen glaube ich, hätte man dann schon im Gesamten eine wirklich gute Mannschaft. Kommen wir zum Fazit von fünf Transfers für Hannover. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass der Kader von 96 schon jetzt wirklich gut ist. Und man hat schon im letzten Sommer viele richtige Entscheidungen getroffen. Auch wenn natürlich, vor allem auch zu Beginn dieses Jahres, viele Spiele nicht gut gelaufen sind. Jetzt gilt es, die Spielidee der Mannschaft umso mehr nochmal zu vermitteln. Den Kader gezielt mit Neuzugängen zu verstärken. Und das im besten Falle natürlich auch mit jungen, günstigen Spielern. Klar, ich habe jetzt hier mit Mühl und Ananu zwei Mitte-20er. Mit Femmey in Ende-20er. Also jetzt nicht nur junge Spieler geholt. Aber ich finde, dass man eben auch damit ganz gezielt so ein paar gute Transfers und günstig vor allem auch tätigen könnte. Um der Mannschaft einfach nochmal den Step nach vorne zuzutrauen. Und vielleicht sagen auch hier manche, ja gut, aber davon ist jetzt auch keiner dieser klare Stammspieler. Aber ich bin wirklich der Meinung, das braucht Hannover auch gar nicht so zwingend. Außer eben dann in der Innenverteidigung. Und das kann Mühl auf jeden Fall. Und natürlich gibt es auf dem Transfermarkt auch noch mehr als diese fünf Optionen. Aber ich glaube, damit konnte ich ganz gut aufzeigen, was Hannover noch gebrauchen kann. Und jetzt seid ihr natürlich auch noch gefragt. Welchen meiner fünf Vorschläge findet ihr am besten für Hannover? Welcher Transfer würde noch sein ergeben? Und welchen Verein gibt es noch, wo ich mal nach fünf Transfers suchen soll? Schreibt all das mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.